Hallo, ich bin's wieder, Andrea von Wir-müssen-reden-Beziehung auf den Punkt gebracht, dem Podcast von Harbeck und Helwig. Und das Thema meines heutigen Podcasts heißt ja, das halte ich aus. Wirklich? Ich bin heute echt gespannt auf eure Reaktionen, denn dieses Mal geht's ums Aushalten. Aber nicht um dieses resignierte Aushalten, das in manchen Beziehungen Einzug gehalten hat, also dieses, ja lass mal, kenne ich schon, ist halt so, halte ich aus. Also, das ja an sich schon alle Kanäle für ein Gespräch von vornherein zugehen lässt. Ich meine heute das Aushalten einer neuen Art des Miteinanderredens, die du vielleicht noch nicht kennst. Und das Miteinanderreden ist ja nur das Hauptanliegen unseres Podcasts, aber wie zur Hölle soll das bloß gehen, wenn's immer gleich abläuft? Also, ich will dir erzählen, wie es mir geht oder dass es mir gerade ziemlich beschissen geht, weil mal wieder irgendwas in unserer Beziehung passiert ist, das mich zum Beispiel ziemlich verletzt hat. Ich will das mit dir reden, weil ich mich bei dir wieder sicher fühlen will. Damit, davon habe ich ja schon in der Folge 7, glaube ich, gesprochen, dieses sich beim Partner sicher fühlen, wie wichtig das ist, dass es eine Abhängigkeit ist, die wir haben und, und, und. Aber dazu kannst du Folge 7 anhören. Aber wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu diesem Thema, dann kaum fange ich an, dir zu erzählen, wie es mir geht, geht's dann auch schon los. Also, du verdrehst die Augen, du verschränkst die Arme, du guckst nebenbei auf dein Handy und dann kommt der Klassiker, du sagst mir, was an all dem, was ich dir da gerade erzählt hab, einfach nicht stimmt. Also, das habe ich doch so nie gesagt, das ist doch gar nicht wahr, du übertreibst total und das höre ich mir jetzt echt nicht mehr an und so weiter und so weiter. Kennt, glaube ich, jeder oder zumindest ganz viele. Und zack, nicht ausgehalten. Und heute fordere ich dich raus. Also, ich fordere dich wirklich heraus und zwar so richtig. Und ich sage dir eins, wenn man das sein ganzes Leben lang nicht anders kennt, nämlich so wie eben beschrieben, dann ist das ganz schön schwierig, sich ganz und gar auf dieses Aushalten einzulassen. Ein bisschen vielleicht, wenn man als Rechtshänder versucht, plötzlich nur noch mit Links zu schreiben. Aber es lohnt sich. Ich verspreche das mit großem, großem Indianer Ehrenwort. Also, zu was fordere ich dich heute heraus? Zu einem sogenannten Love-Gespräch. Richtig, genau. Love wie die Liebe. Jeder Buchstabe des Wortes Love steht für etwas, das während so eines Gesprächs eingehalten werden soll. Ich erkläre es gleich genauer. Als Grundvoraussetzung gehe ich jetzt mal von folgendem aus. Du liebst deinen Partner oder deine Partnerin. Richtig? Und dein Partner, deine Partnerin liebt dich. Auch richtig? Okay, fein. Wenn ich jemanden liebe, dann behandle ich denjenigen oder diejenige immer mit Respekt. Auch richtig. Ich weiß aber auch, auch aus meiner Erfahrung, gerade in einer Liebesbeziehung brechen da in kritischen Situationen schon mal die Dämme. Und genau darum geht es heute. Denn es ist so richtig, richtig, richtig wichtig, dass ihr in eurer Beziehung sensibel und liebevoll miteinander kommuniziert. Also tatsächlich so nach dem Motto, was du nicht willst, das man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, ne? Kennst du? Okay, dann geht's los. Und ich habe vorhin gerade festgestellt, dazu komme ich später noch. Es ist für zwei Seiten eine Herausforderung. Beziehung aushalten, nämlich gibt's in Beziehungen immer einen Teil, der will die Dinge klären. Der ist der Aktivere, der Verfolger, wie man das gerne nennen kann. Der kommt, um die Dinge zu klären und sagt, jetzt lass uns endlich reden und ich will das jetzt klären. Und der spricht, der wird aktiv. Der packt dich am Kragen und sagt, ich will jetzt mit dir reden. Und dann gibt's den anderen Teil, der eher dazu neigt, sich dann rauszuziehen, der sich zurückzieht. Gibt's für beides Gründe, es gibt für beides Ursachen. Davon erzähle ich ein anderes Mal. Aber ich habe vorhin gerade festgestellt, es ist für beide eine Herausforderung, weil der eine hat die Herausforderung auszuhalten, zuzuhören. Komme ich gleich dazu. Und der andere darf aushalten, auszusprechen. Finde ich sehr spannend. Okay, also es geht los. Love-Gespräch, erster Buchstabe, L, wie lauschen. Ein Love-Gespräch beginnt mit dem Zuhören. Nicht die Augen verdrehen jetzt. Nein, ich kann das hören, ich kann das sehen, ich kann das fühlen. Und auch nicht aufstöhnen jetzt. Wenn ihr das schaffen wollt, leichter miteinander auch über Schwieriges zu sprechen, geht's darum, erstmal zuzuhören. Also guck mal, ob du bereit bist, deinem Partner wirklich zuzuhören und ihm dabei in die Augen zu gucken. Nicht Luft holen, um dich zu verteidigen oder irgendwas anderes zu sagen. Nur zuhören. Weil wenn du das tust, hörst du nicht nur, was dein Gegenüber dir sagt. Du stimmst dich auch auf seine oder ihre Gefühle ein. Also gib dem Impuls, deinem Partner zu unterbrechen, nicht nach, sondern hör dir erst alles an, was er bzw. sie zu sagen hat. Zuzuhören, ohne den anderen zu unterbrechen, ist ein Zeichen des Respekts. Und zeig dem anderen, dass du bereit bist, zumindest zu versuchen, seine Sichtweise zu verstehen. L wie lauschen. Der zweite Buchstabe, das O wie Offenheit. Du hörst deinem Partner mit offenem Herzen zu. Das bedeutet ganz einfach ausgedrückt, du hörst ihm so zu, als hättet ihr euch gerade erst kennengelernt. Du weißt gar nichts über den und er bzw. sie erzählt über sich. Keine Bewertungen, keine Urteile, offen und unvoreingenommen. Weil, hey, total spannend, vielleicht erfährst du ja irgendwas Neues von deinem Partner, weil du dieses Mal eben anders zuhörst als sonst. Versuch dich mal von dem, was dir dein Partner, deine Partnerin da erzählt, von seinem, ihrem Erleben berühren zu lassen. Bleib offen. Dritter Buchstabe, das V für validieren. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass es dafür kein einfacheres Wort gibt, aber vielleicht findest du eins. Wenn du eins hast, dann schick es mir bitte, ein schönes Wort mit V, was kein Fremdwort ist. Mit validieren ist gemeint, dass du eben nicht sofort deinem Impuls folgst, etwas zu antworten, sondern erst mal auf dich wirken lässt, was dein Partner da gesagt hat. Ein bisschen wie wertschätzen, was der andere gesagt hat. Weil dein Partner hat sich dir gerade anvertraut und dir etwas über sich erzählt, über Gefühle, die da sind. Und das gilt es ja anzuerkennen. Es ist so, wie es ist. Also jetzt gilt es, nicht irgendwelche Rechtfertigungen rauszuhauen, denn genau hier knallt es ja dann meistens. Ich erzähle dir, wie es mir geht und du sagst mir sofort, dass das eigentlich gar nicht sein kann, weil du das gar nicht getan hast und da irgendwas falsch ist, ich was falsch sehe oder ich falsch bin oder, oder, oder. Aber ich fühle und erlebe es eben gerade genau so. Hier ist also die Challenge, das anzuerkennen. Es ist so. Du fühlst und erlebst die Dinge auf deine Art und Weise und ich auf meine. Du möchtest, dass ich dein Erleben und Wahrnehmen verstehe und ich möchte das von dir. Eigentlich ja völlig logisch. Und trotzdem, es ist manchmal verdammt schwer. Und warum? Weil uns unser Ego da reingrätscht und wir uns sofort persönlich angegriffen fühlen. Dabei, jetzt mal ganz ehrlich, dabei hat doch wahrscheinlich niemand gesagt. Also, weißt du, ich finde ja, im Grunde bist du ein Riesenarschloch. Sondern vielleicht hat dein Partner, deine Partnerin nur gesagt, weißt du, dass du gestern den Müll nicht rausgebracht hast, obwohl wir was anderes ausgemacht hatten. Das hat mich echt geärgert. Und nochmal, es geht nicht darum, alles zu schlucken, was dein Partner sagt. Es geht nicht darum, alles, was dein Partner gesagt hat, abzunicken und sich damit einverstanden zu erklären. Es geht ums Zuhören und ums Anerkennen, dass es ihm oder ihr so geht, wie es ihm oder ihr so geht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Du musst nicht damit einverstanden, was dein Partner da erzählt. Aber du kannst seine Sichtweise respektieren. Auch, wenn du selbst anderer Meinung sein solltest. Und schon sind wir beim letzten Buchstaben, dem E. Das E steht für eigene Gedanken und Gefühle äußern. Es geht ja darum, miteinander befriedigende Gespräche zu führen und damit letztendlich auch eine befriedigende Beziehung zu führen. Und dazu gehören grundlegend befriedigende Gespräche. Und wenn dir dein Partner etwas von sich erzählt hat, von seinem Inneren und du ihm oder ihr offen und wertschätzend zugehört hast, dann ist Folgendes passiert. Dein Partner hat dir damit gezeigt, dass er dir so sehr vertraut, dass sie oder er dir etwas Wichtiges über sich selbst verrät. Das ist ja auch oft am Anfang von einer Beziehung so. Ich verrate dir jetzt was von mir, das du noch nicht wusstest. Du bist mir so wichtig, dass ich möchte, dass du das von mir weißt. Du kannst auch nachfragen, ob denn jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist, dein Erleben zu beschreiben. Also, ich würde dir gerne erzählen, was mir seit unserem letzten Streit durch den Kopf geht, wie es mir damit geht, was du erzählt hast, wärst du bereit, mir jetzt zuzuhören. Verlang bitte nicht voneinander, alles jetzt gleich, hier und jetzt, sofort zu klären und aus dem Weg zu räumen. Wenn sie Schwierigkeiten in eine Beziehung einschleichen, tun sie das ja oft so wie das Gerümpelzeug, das sich im Laufe der Zeit in deiner Wohnung angesammelt hat. Wenn das da lange genug rumliegt, dann schiebt man es manchmal erst in die eine Ecke, dann in die andere Ecke. Aber wenn dich der Rappel packt und du aufräumen willst, dann kannst du auch nicht alles auf einmal sofort wieder entsorgen. Da gehst du wahrscheinlich ein paar Mal öfter zum Mülleimer. Also, lasst euch bitte Zeit. Rom wurde auch nicht an einem Tag und so, ihr wisst schon. Und noch was für den oder diejenige, die von sich erzählt. Auch das braucht sicher etwas Übung und manchmal auch Überwindung und das ist so der andere Teil, der aushalten darf. Hol ein paar Mal Luft und mach dir klar, dass du jetzt nicht über die Fehler deines Partners sprichst, sondern darüber, wie es dir geht, wie du dich gerade fühlst. Du beschreibst deine Gefühle. Okay. Und eine schöne Möglichkeit, dieses neue Miteinander sprechen zu üben, ist sowieso, wenn ihr zuerst mal über eine schöne Begebenheit in eurer Beziehung sprecht. Ich erzähle dir, wie es mir ging, als wir letztens auf dieser Veranstaltung waren und du so stolz über meine Arbeit erzählt hast. Welche guten Gefühle hatte ich da? Was hat dein Verhalten in mir ausgelöst? Und dein Partner hört dir zu, lauscht mit offenem Herzen und wertschätzt, was du erzählst. Und spricht dann über seine eigenen Gefühle, als er oder sie gehört hat, was du erzählt hast. Verbundenheit, größere Nähe, Freude, Betroffenheit, er oder sie ist berührt, oder, oder, oder. Und dann wechselt ihr euch ab. Nicht vergessen, weil jeder darf mal. Und schon habt ihr euer erstes Love-Gespräch geführt. Ein positives. Und damit werden wir ja wieder bei meinen so heiß geliebten positiven Kreisläufen. Keine Challenge, sagst du? Klar, das habe ich ja auch nicht gemeint damit. Eine Challenge ist es, so ein Gespräch auch mit nicht so schönen Gefühlen oder Themen zu führen. Und was richtig geil ist, wenn ihr das übt, verliert ihr die Angst, etwas falsch zu machen. Denn an dir ist ja nichts falsch. An dem, was du fühlst, ist nichts falsch. Du fühlst, wie du fühlst. Punkt. Und das ausdrücken zu dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dass der andere ausflippt oder auch nur die Augen verdreht, das macht alles leichter. Und es macht dich frei. Weil du dich akzeptiert, respektiert und sicher fühlst. Und das wiederum die Voraussetzung jeder guten Beziehung ist. Dahinter zu gucken, warum du so fühlst, was dahinter steckt, dass dich eine bestimmte Äußerung deiner Partnerin oder ein bestimmtes Verhalten deines Partners jedes Mal auf eine ganz bestimmte Art und Weise trifft, dich quasi antriggert, dich wiederum auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Das ist Teil unserer Begleitung, unseres Beziehungscoachings. Da können dann alte Themen erkannt, bearbeitet und aufgelöst werden. Aber das hier, ein Gespräch offen und wertschätzend zu führen, ist ein großer, großer Schritt in einer glücklichen Beziehung. Das ist richtig echtes Wachstum, gemeinsames Wachstum in eurer Beziehung. Das ist richtig wow. Und jetzt bist du dran. Schaffst du das? Aushalten, wenn dir dein Partner oder deine Partnerin etwas von sich erzählt, das dich betroffen macht, dein Ego trifft, dein Widerstand, deine Ehre oder was auch immer. Einfach zuhören und vielleicht sogar feststellen und aussprechen, ich kann verstehen, dass du dich so fühlst oder auch, ich würde gerne verstehen, was du da sagst, aber im Moment fällt mir das echt schwer. Deinem Partner gegenüber wertschätzend bleiben? Denk vielleicht dran, was wir ziemlich zu Anfang unseres Podcasts mal gesagt haben. Es ist niemals der Partner dein Feind. Ihr seid ein Team. Der Feind, wenn du das so nennen willst, ist irgendwas, was da zwischen euch beiden steht. Das gilt's wegzuräumen. Nicht den anderen. Ein österreichischer Unternehmensberater hat mal den Spruch geprägt, liebhaben statt recht haben. Es geht nämlich nie darum, wer Recht hat. Das ist ein Kampf, den immer beide verlieren. Und wenn du magst, dann freue ich mich riesig, wenn du mir erzählst oder uns erzählst, wie es dir beziehungsweise euch ergangen ist damit mit eurem Love-Gespräch. Einfach einen Kommentar unter diese Podcast-Folge schreiben oder uns eine Nachricht schicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei euren neuen Gesprächen. Habt euch lieb. Eure Andrea Ciao, Vielen Dank.